Jetzt überraschen wir unseren Hammer-Typen des Monats, unseren Tim, und mal gucken, wie er gleich reagiert. Ja, Hammer-Typen des Monats! Herzlichen Hilfwunsch erstmal! Herzlichen Hilfwunsch! Danke schön! Noch eine Chance jetzt! Ja, was soll man großartig sagen? Funktioniert, es macht Spaß mit Ihnen zusammenzuarbeiten und wir freuen uns auf die nächsten Monateljahre, die wir da gemeinsam bestehen können. Ja, ich guck dir auch! Perfekt! Wahnsinn! Ja, und so besser! Ja, ich werde noch dabei! Dankeschön! Urkunde! Ja! 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 Ja!